In diesem Video... Deine Augen, Alter. Was soll mit meinen Augen sein? Ja, moin Leute, herzlich willkommen in meinem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Julian Entertainment. Und ja, wir haben heute Freitag. Es ist natürlich wieder Zeit für ein neues OME-TV-Video. Und ja, ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt schon wundern, wie sehe ich denn aus? Was ist mit seinen Augen los? Und ja, viele werden es wahrscheinlich schon vermuten. Das sind einfach nur Kontaktlinsen. Die habe ich mir in einem Karnevalsladen gekauft. Ich habe letztens jemanden getroffen auf OME-TV und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine geile Idee, weil wir werden heute einfach nur mal eine kurze Gesprächsrunde machen. 10, 15 Minuten habe ich vor, aufzunehmen. Und ob das natürlich alles klappt, seht ihr gleich. Und ja, ich möchte einfach mal gucken, wie die Leute reagieren. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Video. Hi, oh mein Gott, du hast richtig krasse Augen. Was habe ich? Richtig krasse Augen. Ganz normale Augen. Nee, richtig, die sehen richtig krass aus. Die strahlen richtig. Ja, vielleicht wegen der Sonne hier, keine Ahnung. Und? Bei euch alles gut? Ja, ja, bei dir. Ja, guck mal, was hier los ist. Stört gerade. Was seid ihr verstört? Ja, von dem Po her. Was hat er denn wieder angestellt? Hat er dich fast in ein Popoloch geschoben? Genau. Oh, ja. Echt? Was habe ich? Heftige Augen? Ja. Dankeschön. Bei euch hat es gut? Ja, und bei dir? Ja, bei mir auch. Du hast doch ein ganz altes T-Shirt an hier. MTV, ey. Hab ich ja lange nicht mehr gesehen. Den Sender gibt es doch gar nicht mehr, oder? Nein. Guck mal, selbst der Kleine kennt MTV. What the fuck? Nee, den gibt es nicht mehr. Nein. Was macht ihr denn? Ich sage einfach nur so. Warum hier auf Amel TV? Bitte? Warum hier auf Amel TV? Warum ich hier bin? Ja. Weil ich YouTube-Videos mache, deswegen. Ach, wie heißt du? Wie heißt du? Direkt neugierig. Erzähl mir, wie du heißt. Ey, du kriegst ein fettes Abo. Ja, du kriegst erst mal ein Abo. Nice. Daumen hoch dafür. Bin bald bei 1000. Freue ich mich natürlich, wenn das noch klappt. Ich habe es mal in den Chat reingeschrieben. Da könnt ihr mal gucken, wie ich heiße. Julian Entertainment. Mach mal. Ja, da war er. Ich schwöre. Abonnier ihn mal. Erstmal Abo. Hey, da bist du. Ey, seht ihr gerade in deinem Video? Ja, sicher. Wird das hochgeladen? Ja, sicher. Okay. Wann kommt das Video? Am Freitag. Am Freitag. Ja, ich mache zwei Videos die Woche. Das ist genug Arbeit, weil ich schneide das immer ein bisschen witzig zusammen und so. Und könnt ihr euch gerne mal ein paar Videos angucken. Zum Beispiel das hinten. Jetzt guckt man der Spider-Man an der Wand. Guckt man bei mir an der Wand. Ja, habe ich schon gesehen. Guck mal hier. Oh, nee. Ich kann euch nicht sagen, wie ich das mache, aber da habe ich auch schon zwei Videos rausgebracht. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich gucke mal an. Wenn ihr kein Problem damit habt, schneide ich euch mit rein. Ihr habt einen guten Humor, ja? Alles klar. Gut, dann sepp ich nochmal weiter. Ich gucke mal, ob ich noch wen anders finde, ja? Ja, tschüss. Ciao. Ciao. Hi. Ja, hallo. Deine Augen, Alter. Was soll mit meinen Augen sein? Voll krass. Dankeschön. Ja, vielleicht liegt es an der Sonne. Sind die ein bisschen heller als sonst. Und, was ging bei euch gestern? Was ist das? Desperados? Salitos? Was ist das da oben? Salitos. Schön Party gemacht, oder was? Ja. Was macht ihr hier so? Nee. Warum bewegt sich der da hinten? Nein, der hängt an der Schnur. Bewegt sich manchmal. Ist der gruselig? Ja, aber der dreht sich halt, weil er an der Schnur hängt. Kann ich jetzt schlecht verhindern, weißt du? Deswegen. Das ist kein Drehen, das ist Springen. Wo soll er denn springen, bitte? Ich mache nur ein bisschen Spaß für meinen YouTube-Channel. Alles cool. Das bin ja natürlich ich. Und das sind auch nicht meine echten Augen. Das ist halt nur so ein Test für mein Video heute. Aber ich gucke halt mal, wie die Leute darauf reagieren. Also ich habe auch... Sind wir jetzt auch in deinem Video? Bitte? Sind wir jetzt auch in deinem Video? Ja, ihr seid ja auch in meinem Video. Oh, super schön. Scheiße, oder? Nee. Das ist super schön. Sind sie gut? Na gut. Ja, ich bin aber echt fair. Wenn jetzt einer sagen würde, der will das überhaupt nicht, dann schneide ich den auch nicht mit rein. Deswegen habe ich kein Problem mit. Wir halten nur auf YouTube. Ich schreibe es mal hier in den Chat rein. Ja. Boah, er schaltet auch lange nicht mehr mit den Augen aus. Ich muss mir die Dinger wieder ausziehen. Ausziehen. Ich habe es mal reingeschrieben. Julian Entertainment. Mhm. Habe man das Gefühl, dass irgendjemand hält das Handy, oder? Seid ihr zu dritt? Nee, wir sind zu zweit. Liegt das einfach am Bett, oder was? Ja, gucke ich hier. Hä? Am Laptop, oder was? Äh, ja. Am Tablet? Ja. Ja, dann wirkt das Ganze natürlich nochmal besser mit dem Spider-Man, weil viele sehen das am Handy und denken dann immer so, was ist da hinten? Was ist da hinten? Naja. Ja, könnt ihr am Freitag gerne mal vorbeischauen, dann schneide ich euch mit rein, ja? Ja. Am Freitag. Am Freitag, ja. Alles klar? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Das ist ein YouTuber, ich spür auf Gott, das ist ein YouTuber. Ich kenne den, ich gucke den. Ich muss direkt lachen, ey. Fuck, wieso muss ich direkt lachen? Du guckst mich, aber du weißt nicht, wie ich heiße, ne? Nein, aber ich kenne deinen Spider-Man dahinten. Spider-Man fliegt. Nee, Iron-Man fliegt. Der Spider-Man, der hebt nur ab. Ja, wir sind so. Hi! Hi! Und, bei euch alles gut? Hast du gerade ein YouTube-Video? Ja, wenn man mich hier online sieht, mache ich nur Videos. Ich bin hier nicht so aus Langeweile. Wie heißt das Video? Das kann ich noch nicht sagen. Das Video heißt, ich kann den Titel noch nicht sagen. Ich kann dir noch nicht sagen, den Titel. Das ist das Problem. Hat was mit meinen Augen zu tun, so viel kann ich sagen. Ja, das sind Kontaktlinsen. Genau, weil normalerweise habe ich ja nicht solche hellen Augen, ne? Ich mache halt quasi so einen kleinen Test mit Kontaktlinsen, wie die Leute hier drauf reagieren. Es sind auch schon viele, die denken einfach, das wären meine echten Augen. Ich stürze, aber die stehen dir voll. Ja, wenn die wirklich so hell wären, wäre ein bisschen krass, oder? Aber ich glaube, ich würde nicht so auf die Straße gehen. Da würden die Leute mich nonstop angucken. Ja. Was ist mit dem? Ja, ich schreibe noch mal eben meinen Kanalnamen rein, dann könnt ihr am Freitag mal vorbeischauen. Dann könnt ihr euch ein bisschen betrachten. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch Insta-Werbung machen für euch. Wollt ihr noch Insta-Werbung machen für euch? Ja. Ja, dann schreibt eure Insta-Namen rein. Ja, warte. Wie heißt ihr alle? Warte, ich schreibe halt erst meinen Namen. Dann bin ich. Oh Mann. Wo ist ihr? Wisst ihr? Das ist mein Name. Okay, ich schreibe dir selber rein. Schreibe. Warte, ich kann dir nicht schreiben. Instagram ist heute sowas von begehrt, ne? Also in der heutigen Zeit. Es gibt doch die Leute, denen erzähle ich, dass ich YouTube mache und die posten instant ihren Instagram-Namen. Ohne, dass ich sage, komm, könnt ihr mal machen oder nicht. Das bin ich. Alles klar. Gut, das war's, ihr zwei. Warte noch eine. Okay. Folgt uns alle. Alles klar, Leute. Dann checkt doch mal die drei Mädels ab. Gerne mal ein Follow hinterlassen. Nur benimmt euch. Ja, hört mal, ihr drei. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich fliege nochmal weiter und gucke mal, ob ich noch ein paar Verrückte finde, ja? Okay. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. 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 Leute, das war's von mir. Ein paar lustige Leute habe ich kennengelernt. Die Frauen natürlich, die wundern sich über meine Augenfarbe. Sie sagen da so Komplimente wie, ey, krasse Augen, schöne Augen und so. Die Leute, die ich's ein bisschen kennen, die sich auch mit Kontakten auskennen, ja, die wissen einfach Bescheid. Das ist keine richtige Augenfarbe, ja? Also viele sagen, sie ist aus wie ein Husky und sowas, ne? Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Blende ich euch mal hier unten ein. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein ganz angenehmes Wochenende.